50 languages 80 Adjektive 3 Sie hat einen Hund. Der Hund ist groß. Sie hat einen großen Hund. Sie hat ein Haus. Das Haus ist klein. Sie hat ein kleines Haus. Er wohnt in einem Hotel. Das Hotel ist billig. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er wohnt in einem billigen Hotel. Er hat ein Auto. Er hat ein Auto. Das Auto ist teuer. Er hat ein teures Auto. Er liest einen Roman. Der Roman ist langweilig. Er liest einen langweiligen Roman. Er liest einen langweiligen Roman. Sie sieht einen Film. Der Film ist spannend. Sie sieht einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Sie sieht einen spannenden Film. Er ist ein Film. Sie ist ein Film.